Moin Freunde, auch im Februar gibt es wieder spannende Dividendenzahler und drei von denen schauen wir uns in diesem Video einmal an. Wie immer gilt, das ist keine Form der Anlageberatung, nur meine eigene Meinung und Abfahrt. Ja und hier sind wir auch schon bei Nummer 1 und zwar Blackstone. Blackstone ist der größte Finanzdienstleister, der größte Vermögensverwalter im Bereich alternative Investments, unter anderem auch bekannt als die Blackrock Mutter. Ja und worein investieren sie? Unter anderem in Immobilien und Private Equity. Dividendentechnisch bekommen wir hier momentan eine Rendite von 5,21% bei 4 Dividenden im Jahr. Hier steht zwar, die Dividende wird seit 0 Jahren gesteigert, das beruht aber auch auf der Prognose. Insgesamt sehen wir, dass die Dividende immer etwas schwankt. Es wird eben ausgeschüttet, wie es eben zu der aktuellen Gewinnsituation auch passt. Was wir aber grundsätzlich sagen können, ist, dass eine Dividende ausgeschüttet wird. Hier, Payout vom Free Cashflow wirkt mit 641% etwas hoch. Gucken wir uns gleich mal an. Ich bin der Meinung, hier steckt ein Datenfehler dahinter. Steigerungswert ansonsten sind relativ angenehm. Über 10 Jahre um 23% im Schnitt pro Jahr gesteigert. Über die 5 Jahre 12%. Damit kann man leben. Schauen wir einmal in den Chart hinein. Hier sehen wir, am Anfang musste sich die Aktie finden. Hier war natürlich aber auch eine größere Wirtschaftskrise seitdem im Aufwärtstrend. Der ist auch noch nicht gebrochen. Wenn wir aber in den kürzeren Zeitraum reingucken, sehen wir hier, dass die Aktie sich momentan in der Korrektur befindet. Und die bisher auch noch nicht gestoppt wurde. Hier zuletzt dann eben das tiefere Tief. Jetzt scheint sich das tiefere Hoch auszubilden. Und erst wenn wir über dieser Höhe, also über etwa 110 US-Dollar drüber sind, dann haben wir eben diese untergeordnete Korrekturstruktur auch gebrochen. Schauen wir dann nochmal in die weiteren Fundamentalwerte rein. Und ich möchte einfach noch kurz hier auf die Dividenden hier bei TraderFox schauen. Denn hier ist eben die Ausschüttungsquote. Hier gibt es ja die Red Flag, wenn sie zu hoch ist. Wir sehen, es ist grün. Also die Ausschüttungsquote scheint dann doch im Rahmen zu sein. Insgesamt hier im Qualitätscheck 10 von 15 Punkte. Abzüge gibt es für die Stabilität des Umsatzwachstums und die Stabilität des EPS-Wachstums. Natürlich im Bereich alternative Assets mag das etwas mehr schwanken. Dazu ist die Rendite auf das eingesetzte Kapital 0. Das glaube ich persönlich nicht. Und auch hier im Bereich EBIT zu Verschuldung bzw. EBIT zu Zinszahlung haben wir 0 Punkte erreicht. Auch das möchte ich etwas anzweifeln. Denn wenn die Finanzverschuldung im ordentlichen Rahmen ist, sind in der Regel auch diese beiden Werte in Ordnung. Und vermutlich mag das hier an der Stelle daran liegen, dass kein EBIT ermittelt werden konnte. Und damit zum nächsten Unternehmen. Jetzt mal im deutschen Unternehmen und zwar Siemens. Aus dem Bereich Industrie. Siemens da ja hauptsächlich im Bereich Elektrik erstmal oder grundsätzlich elektrisches unterwegs. Haben verschiedene Sparten. Unter anderem Digital Factory, wo es um Digitalisierung der Produktionsprozesse geht. Dann gibt es den Mobilitätsbereich unter anderem mit der großen Eisenbahnsparte. Smart Home, aber auch Siemens, Helsiniers. Da sind sie auch noch stark dran beteiligt. Dividendenrendite aktuell bei 2,8%. Eine Dividende nur pro Jahr. Wir sind jetzt halt wieder in Deutschland mit den Aktien. Steigert seit zwei Jahren und senkt auch seit zwei Jahren nicht. Was wir hier eben grundsätzlich sehen, ist, dass Dividende ausgeschüttet wird. Dass die Tendenz auch nach oben geht. Aber es gibt eben immer auch Phasen, wo sie zum Beispiel nicht erhöht wird. Hier zum Beispiel drei Jahre lang bei 3 Euro geblieben. 2021 dann gesenkt. Das gehört dazu, aber man merkt eben, es wird gezahlt. Payout für Cashflow aktuell 44%, also völlig im Rahmen. Da ist auch noch Luft nach oben. Dividende wird auch gesteigert. Hier um gute 4,26, 4,24%. Beides also relativ ähnlich. Jeweils im 10-Jahres- und 5-Jahres-Zeitraum pro Jahr. Schauen wir dann mal hier in den Chart rein. Langfristig sieht der Chart schöner aus, finde ich. Fast als bei Blackstone. Wir sehen hier den Aufwärtstrend. Wir sehen aber auch immer wieder die Korrekturen, wenn es wirtschaftlich schwierig wurde. Hier zum Beispiel Wirtschaftskrise. Hier zuletzt mit Corona. Schauen wir mal in den näheren Zeitraum mit rein. Und hier sieht es so aus, als ob Siemens die Korrektur abgeschlossen hat. Hier hatten sie das hoch ausgebildet. Dann sind sie in die Korrektur gegangen. Hier einen Doppelboden gebildet. Und aktuell den Trend wieder auf neutral. Das ist hier passiert. Und sogar dann einen neuen Aufwärtstrend gestartet. Damit hier die Korrekturphase bei Siemens abgeschlossen. Schauen wir dann einmal weiter. Und zwar in den Qualitätscheck. 9 von 15 Punkte gibt es. Wo hapert es hier? Einmal an der Finanzverschuldung. Die ist mit 33% hier relativ hoch. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir ein Industrieunternehmen haben. Mit vielen Werten dahinter. Und insofern sage ich persönlich, diese 33% sind hier noch in Ordnung. Rendite aufs eingesetzte Kapital ist niedrig. Etwas niedriger. Gut, wir sind aber auch im Industriebereich. Das muss man dabei sehen. Hier diese Wachstums- und Stabilitätswerte. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Warum ist das schwierig? Naja, 2019 haben wir nun Siemens Energy abgespalten. Und deswegen sind halt diese Werte hier auf einmal so abgesackt. Das wird hier natürlich in dieser automatischen Auswertung nicht erfasst. Damit sind wir bei 9 von 15 Punkten. Allerdings, und das ist das, was wir eben mitnehmen können, wenn wir das Ganze einordnen wissen, dann ist das trotzdem hier ein sehr guter Score. Und damit zum letzten Unternehmen. Costco Wholesale. Ein US-amerikanischer Discounter. Wir sehen es ja schon. Wir sind hier im zyklischen Konsum. 0,69% ist die Dividendenrendite. Seit 18 Jahren wird gesteigert. Und auch seit 18 Jahren nicht gesenkt. Und wir sehen hier momentan, Payout Free Cashflow liegt bei 54%. Wir können es hier sehen, hier schöne Steigerungskurve zu sehen. Für dieses Jahr wird eine Senkung vom Aktienfinder erwartet. Schauen wir mal, ob das so eintritt. Ich würde erst mal sagen, sie werden weiter erhöhen. Und wir sehen hier, ab und zu gab es eben auch Sonderdividenden. Steigerung insgesamt im 10-Jahres-Zeitraum 12,42% pro Jahr im Schnitt. Und im 5-Jahres-Zeitraum noch 11,9%, fast 12%. Also hier auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Gucken wir hier mal in den Chart rein. Und das ist doch bisher der schönste Chart. Hier natürlich sind wir im Aufwärtstrend. Und gerade wenn wir so in den Bereich ab 2009 hineingehen, dann sehen wir wirklich, dass das ja fast wie an der Schnur hier gezogen ist. Das ist momentan auf jeden Fall spannend, denn wir haben seit dem High hier, seit dem All-Time-High eine Korrektur. Man könnte hier sogar das Doppeltop noch sehen. Und seitdem eben eine kleine untergeordnete Korrekturstruktur, die sich aber auch, schauen wir mal, auf diesem Preisniveau von 450 US-Dollar gefangen hat. Und eventuell hier bald den Boden ausbildet und dann wieder zu neuen Höhen aufsteigt. Und damit schauen wir nochmal in die Fundamentalwerte. Und die sind hier überragend 14 von 15. Wir sehen hier also ein starkes Umsatzwachstum, das gleichzeitig auch stabil ist. Wir sehen ein starkes EPS-Wachstum, das auch stabil ist. Wir sehen hier schöne Renditewerte grundsätzlich. Das einzige Problem ist die Nettogewinnmarge. Aber das darf uns nicht wundern, Freunde. Wir sind hier bei einem Discounter und da ist natürlich die Gewinnmarge eher niedrig. Ja, das waren insgesamt drei Aktien, die im Februar Dividende zahlen. Alle drei Aktien kannst du jetzt noch kaufen, um die Dividende aufzuhalten, wenn du das gerne möchtest. Ich selber erwarte, glaube ich, im Februar 14 Dividenden. Schreib mir gerne mal als Kommentar, wie viele Dividendenzahler du bekommst. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, Freunde. Ciao. Tschüss.